Was? Nein, ich musste meinen Aufnahmeordner ändern. Ich komme mir die ganze Zeit angesprochen vor, wenn Johanni gesagt wird, weil hier Johannes heiß wird vor allem nach. Ja, ich auch, also... Aber ich muss sagen, ich weiß lieber, wenn ich Johanni gemacht werde. Guck mal auf der anderen Seite. Guck mal auf der anderen Seite bei deinem PC. Shop dich. Kann ich nicht gucken. Doch, du kannst du hier PC sehen. Nein, kann ich nicht. Sitze nochmal in einem Raum. Leute, ich möchte euch was sagen. Guckt jetzt mal alle auf eure rechte Hand. Wahrscheinlich ist da auch die Maus dann bei euch, oder? Ja. Ja, und wisst ihr, auf dieser Maus sind einfach mal fünf Finger. Was? Nicht, weil ihr eine Hand habt. Aber, aber, aber ich steuere meine Maus mit einem Fuß. Jojo, was ist hier? Fußpedal! Jojo, Laberblützel, los! Tschüss! Tschüss! Ja, Jojo! Alter! Hallo, wie kommt? Ich glaube, hier, DT-Call! DT-Call! Der Call war immer in der DT, doch, Mann, ey! Oh, ich würd gerne mal wissen, ob der DNA-Scanner da funktioniert. Boah, ja, das wär doch mal... Weil dann wäre das zumindest mit einem DT ziemlich... Achso, ja, und Leute, wir haben damit jetzt die Musik abgearbeitet, danach bitte nicht mehr. Mhm. Die Musik ist geil! Wir haben sie jetzt damit abgearbeitet. Ach, Mann, was? Du siehst mal angemacht, oder was? Nein, aber die Musik ist trotzdem awesome! Ja? Huh! Da liegt ein Tor! Oh mein Gott, ein Haufen! Hier fliegen gleich Haufen! Okay... Weißt du, Jojo liegt da tot rum, es ist ein Haufen! Das bekommst du zurück, Navo! Wir können auch Horde sagen, aber ich find Haufen ist gut! Really neat! Okay, die Luft ist schon mal inno! Die Luft ist inno, das ist cool! Warte, wir können die Leiche testen! Verdeht das doch! Verdeht das doch hart! Verdeht das doch hart! Verdeht das doch hart! Ich würde mal interessieren, was dabei rumkommt, wenn ich da reingehe! Geh rein da! Geh rein da! Geh rein da! Da müsste rot kommen! Da müsste rot kommen eigentlich von der Theorie her! Weil du nicht inno bist! Was? Was? Ich bin ja kein inno! Ich bin kein inno! Vielleicht stört... Er schießt ihn! Er ist fake! Er ist fake! Er ist fake! Vielleicht stört die Leiche! Nein! Er ist Tebitu! Er ist Tebitu! Lass mich hier raus! Jetzt haben wir Glück gehabt's! Warten wir sind Tebitu! Ach, wer ist da unten? Hallo Major! Ja, Navoka ist Proof in inno! Major! Das war unser Unfall! Du sprichst den Namen doch inno! Du warst dein Name! Damit ist allerdings auf der Trailer! Ich habe diese Aufnahme-Runde beendet! Die Aufnahme-Runde ist beendet! Nein, das war's! Okay, dann tschüss! Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play From In Terrorist Town! Das war's! Tschüss! Tschau! Tschüss! Tschau! Tschau! Bye-bye! Tschüss! Nach 5 Minuten! drowned Quietschen! Kissing Forever! Why treff ich eigentlich dem einzigen Kontrollten Lemo hinterher? Bist Du weg? Ja! Weil Du's kannst! Außerdem sind wir sicher! Also, wir sind definitely sicher! All fame! Der Traitor, der mich töte, sollte vorher was einkaufen oder so. Aber ich meine nur, habt ihr auch Kondome? Hallo? Ja, habt genug. Immer all about them. Äh, Johnny, äh, Johnny, was ist los? Ähm, die Map fehlt mir. Wo? Äh, wann war halt so vorhin, glaub ich, das gleiche Problem? Ja, mach einfach Steam nochmal aus und an mit Spiel. Okay. Es sei denn, du hast die Map noch nicht runtergeraden. Ich hab Angst. Äh, eine Person ist wie viel Haste-Mode? 30 Sekunden. Ja, gut zu wissen. Also Leute, das ist ne kleine Map, wofür braucht ihr so lange? Also habt ihr jetzt DNA oder was? Ich hab DNA, ja. Auch von denen bitte lebt. Wann war das? Ne, warte, du kannst das. Ja, was? Ich warte ab. Ich lege meine Hände auf meine Beine. Oh, du hast einen Snail gefunden, okay. Ja, der liegt unter dem Port. Geh weg mit deiner Sort auf Exo. Nein, Exo! Hast die DNA... Na wo? Na wo? Nicht jetzt entschärft? Na wo ist Inno? Also ist Exo frei zum Abschluss? Dete! Nein. Dete! Wie kommst du jetzt da auf? Da liegt ne Leiche, da liegt ne Leiche! Na wo ist Inno? Ah, was ist mit Cyber? Ich bin gestorpt. Oder mit mir? Was ist mit dir, Wander? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Ich, ähm... Hä? Da hinten. Ich hatte gerade Angst mit Cyber hier alleine im Raum zu sein. Welche Waffe? Ach du hast, oh Gott. Dann hast du auch noch die beste Waffe in dem Kampf. Ich hab die Pumpe. Das ist ne Pumpe? Die Pumpe ist auf die Gune. Die Pumpe ist auf die Gune. Ja ne, äh Traitor. Habt noch Zeit. Oh nein, das sind zwei. Na wunderbar. Na wunderbar. Na wunderbar. Na wunderbar. Wunderbar. Ich würd sagen, wir sitzen die Zeit ab und äh beten. So viel kann's ja nicht mehr sein. Aua! Stimmt doch einfach! In Ernst! Nice. Ey komm, was ist das nicht? Du warst sogar abgestochen schon. Ja ums, ich hab 200 Life gehabt. Oh! Ach so! Ach so! Ja gut! Hasteball? Hast du ein Hasteball? Okay, ja ja, ne Cyber. Ähm, Wanne und Cyber hier zwei, ne? Da bei mir aber innocent Hasteboat Overtime steht. Wann hab ich das hier? Ich hab das grad gesehen! Na toll. Ich hab so ne Idee. No DNA Sample, verdammt. Nö. Nö, nö, nö. Diese Musik ist so dramatisch. Ach Mann, wo bist du denn? Ich? Ja. Ähh. In, ähh. Burkina Faso. Ach ja. Ich hab ein Verrätsäure, kann das sein in der Nähe irgendwie gedacht. Nö. 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 Jawoll! Cyberball! Oh man! Ich weiß, Cyberball abgeknallt, wo die Leiche von Snail daneben stand. Ach Mann, klar! Ich hab ihn nicht umgebracht! Ich hab ihn nicht umgebracht, das ist das! Ich hab ihn nicht umgebracht, das ist das! Der lag da! Ich hab den einfach nur beobachtet, die ganze Zeit, weil ich eben nicht saugt hab! Und Snail wollte grad seinen Namen ändern und dann hat's da doch nicht gemacht? Alter, warum bist du da die Leiche eigentlich in Terror? Äh... Nächste Aufnahme ist das. Nächste Aufnahme ist das ein Squeed! Johann ist drauf! Ja, das ist ein Johnny! Ey, schon mal Plasma! Wir sind ganz viele Menschen! Und sind Plasma? Na Woka! Nee, danke! Oh Johnny! Was ist das? Ich bin kein Plasma-Spender, nein danke! Oh Johnny, was ist das? Jetzt geht wieder los! Oh, jetzt wird's lustig! Ich glaub, er hätte mal nur Wunderstellen können, oder? Theorie? Drei bei Achtung! Das ist ja nicht! Also Wunder ist definitiv... Snail hat jetzt schon startet! Ich bin ja auch! Ach ja, wie war das noch mit unserer komischen Regel? Wollen wir die nicht weiterführen? Was? Plasma-Spender? Wollen wir nächste Runde so machen, dass jeder Traitor... Echse? Ich will doch nur die Waffe haben! Ja, geht weg! Ich will nicht! Ist doch mal die Regel Plasma-Spender! Ne, die kriegen sie nicht! Ja, 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 ja! Herr Deten! Herr Deten! Ich hätte gerne eine Beschwerde! Ja, ja, ja! Beschweren Sie sich! Na, das ist akzeptabel! Wir werden in der nächsten Folge, also morgen, die Zuschauer, die Regel Zombie und die Regel Traitor-Kollege äh, First-Targets erzählen, wieder eigentlich. In der nächsten Runde? Oh, ich liebe das mit den Zombies! Das ist so cool! Wollen wir es nicht so, äh, dann noch so was hier von wegen... Ich hab keine Ahnung, was beides ist! Zombies haben wir doch schon! Was ich dir vorsprach wollte, statt Traitor-Kollege, First-Targets erwähnen! Alter, da läuft doch nur Messer rum hier die ganze Zeit und der Deten rät hinterher und checkt nix! Ach, quatsch! Ich denk mir einfach, das ist ein Kräutermesser! Was? Der Deten ist voll peinlich, der checkt gar nix! Das ist nicht meine ursprüngliche Grußbezeichnung, dafür bin ich nicht ausgewendet! Ich hab ne Menge! Also ihr... Hallo, kann ich mal ein paar Sekunden Ruhe abziehen und Traitor-Kollege deduzieren? Ey, ich hab's jetzt wirklich... Eine Ruhr-Minute für Weepa! Wir werden auf Dauerfählen, wir werden ja auch stalken! Nu! Nu! Geh, Tester-Stay! Wenn du schon so beschuldigt wurdest, kannst du auch in den Tester gehen! Nein, falsch, komm! Ja, warte, warte, warte! Warte! Jetzt gleich! Jetzt gleich! Und? Oh! Das ist ein sehr schöner Laden! Das ist ein sehr schöner Laden! Gerade so! Alter, ich fand das mit den dreien ganz gut! Okay, wir gehen jetzt nicht alle fest los! Bitte was? Der Traitor-Tester wurde schon verwendet in dieser Session! Wir müssen hier mal einen Preis rein! Wann war der? Wann war der? Wann war der? Wann ist T? Ich glaub, er hat ein Messer! Wann war der? Wann war der? Wann war der? Wann war der nicht? Wann hat er nicht geschossen? Ah, geht hier weg! Ich möchte, dass sich diese Versammlung auflöst! Ich bin gegen das Versammlungsrecht! ich weiß dass das geht die war schädlich die war schädlich ja hallo ich bin der Dete ihr müsst doch meine Befehle erachten ey Johnny ist ein Johnny Johnny du hattest gerade Lukas Werkzeug ist in der Hand ich hab keine Schott dran ähm Jojo ist es oder hast du nicht gerade Echse geschossen nein du hast doch gar nicht hier ist doch jemand gefallen nein nein Dete Dete jetzt will ich eine Heilung Dete Dete jawoll endlich wieder Chaos nee hier ist tatsächlich niemand gefallen ich hab einen Schutzamt gefeuert und es ist gar nichts passiert jetzt will ich Heilung raus lol das kann nur Johani sein er ist tot es ist einer gestorben oder ey 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 den hat 100 pro Johani geschaut wenn Friendship ist Johani ich vertraue dir auch ich vertraue dir einfach mal Echse das kann gar nicht sein ja wie lange hatten wir jetzt kein Friendship mehr fünf Jahre bis zur letzten Aufnahme kann ich mich gar nicht erinnern also ja oh der hat einen Tracer getötet oh oh mein Gott oh shit warte mal kurz nein ich warte jetzt gar nicht auf dich warte komm her ich hab die falsche Waffe warte noch mal kurz was ich treff gar nichts 16 HP da sind die Code und Abo will mich auch noch töten ja Kamera Kamera ah schade ja schade ich hab nur gesagt schade jetzt mussten wir wieder zwei Traitor haben aber das war jetzt ganz richtig nice hey Johnny ist der Johnny oh der hat einen Friendship das ist Johnny sonst haben wir bei sieben Leuten nämlich wieder nur ein Traitor das ist dann kacke wenn einer gehen würde sollte aus irgendeinem Wund kann er dann wieder umgezählt werden wenn er chestert ein wenn er chestert ein ich hoffe das sind jetzt zwei Traitor ja können wir jetzt ausrechnen aber wird uns hier in 5 Sekunden angezeigt 0,33 hab ich ja das sind zwei Traitor genau wer macht der ja so schweres zwei Traitor ich hab eine ich hab vier Partners aber ich hab nur einen oh Snail das war Snail jetzt eigentlich töten das war eine falsche Tatsache nein er hat sich als Traitor gerade ausgegeben na und er kann auch lügen also bist du er kann auch lügen wie auch bist du eigentlich noch Dete ich will auch mal Dete sein ich fühlte mal keinen unfähigen Dete waaas ich war die komplette letzte Session bei drei Aufnahmen Dete nicht einmal Dete aber Dete ganz äh ganz äh warte warum sag ich unfähiger Dete warte ich guck mich nicht nicht was soll da Johnny also das hat sich jetzt sehr eindeutig angehörtt ich hab nachgeguckt ob ich Dete Hä hä hast du den Flung wie er den Deathload WTF ich bin grad auf den Kopf gelaufen Narvo wie ist das denn passiert das weiß ich jetzt auch nicht genau hey Scheiße meine Güte wie scheiße Oh Gott hab ihn Oh hier ist ein Toter. Hier ist eine Deagle. Okay, ich verdroh die Marke. Ähm. Haha, cool! Was hast du? Winter Ramadan. Confirm mich doch mal lieber! What? Wo liegt denn hier einer? Äh, kannst du mir den Callen bitte? Da! Äh, was für den Traitor hier im Moment? Ja, aber natürlich. Ich bin wieder stehen. Ich muss ja meinen guten Job hier erfüllen. Weiter. Ah, da. Also es waren zwei, es waren zwei Leute dran. Ich und Snape. Genau. Okay. Und die zwei die gestorben sind. Naja. Und wann war gleich Todes? Dann war ich das. Bin ich sehr ehrenvoll. Und nicht erschrecken, wenn du in die Ecke kommst und den roten Laser zerst. Ja, ja, das sehe ich die ganze Zeit so. Schon durch mein Gesicht fliegen hier. Achso, okay. Ja, das sehe ich auch die ganze Zeit. Ich habe keinen Punkt. Bekommen. Aber der eine hat er ja auf jeden Fall ausgegeben und das Death Note ja noch einen zweiten. Oh, hier. Also er gibt das den. Warte mal, wir haben drei Leichen. Ja, hallo. Creeper, du hast den umgebracht, oder? Ja. Ich kann das nicht nehmen, musst du nehmen. Dann kann ich doch automatisch Snail dingsen, oder? Aber ich habe auf den Träter geschossen. Ja, eigentlich könntest du Snail tatsächlich nicht. Und Snail hat nicht hundertprozentig drauf geschossen. Kann ich das bestätigen? Doch, ich habe ihn abgeschossen. Ich habe ihn getötet, aber du kommst in die Ecke. Peeper, du tust das etwa. Warte mal. Peeper, habe ich ihn etwa getötet. Dann habe ich ihn getötet. Dann habe ich Ex getötet. Dann habe ich Ex getötet und du nicht. Du lügner wie bei Ren. Weeper hat ihn dann getötet. Ja, ich guck ja gar nicht nach. Mit wem denn? Äh, Pump-Action, meine. Ich habe eine Pump-Action, ja. Was ist denn sowas von Traitor? Komm her, Ayru. Du bist ja auch Tee. Ja, er ist ein Dead-Springer. Ihr könnt auch in einem Abstand zu mir. Bleibt mal in einem Abstand zu mir. Ich begebe mich jetzt in einem Kampf. Nee. Weg, Weg! 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 Ich wollte nur die Spannung erhöhen. Weg, Spannung. Nein, 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 nein. Schau, ich bin da runter und er rennt doch voll rein, ey. Oh, die Musik passt doch jetzt. Ich glaube, es ist vorbei. Da ist er. Boah, geht das hier unten über den? Wow, und der wird von Bandwirk gespielt. Wie Johannis nicht bewegt... Ich konnte Johannis Bewegung überhaupt nicht folgen. Ich konnte Johannis Bewegung überhaupt nicht folgen. Ich konnte sich überhaupt nicht erkennen können, wo er sich jetzt ran gelaufen. Aber außer, für lang in die Erde, wer hat das Deck nur dann mir angewendet? Das war für lang in die Erde, wer hat das von mir angewendet? Sehr bestimmt, oder? Ja, bitte. Nur die Explosion. Nur Explosion. Aber es ist passiert, bist du weggeschluckt. Ja, voll. Nein, ich bin... Nee, voll, wo wir... Die wird so hoch, nur, wenn du beim Aufprall stirbst. Soll ich mal was behaupten? Ich gehe in der Richtung um die Scheiße. Na? Also, Gladbach führt gerade 3-0 gegen Bayern. Bitte was? Ist das überhaupt dumm? Mhm. Nein, das stimmt. Okay. Aber, nee, entweder nur Explosion oder Heart Attack. Ist ja die sinnvollsten hier drin. Ein, 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 ein. Der da war doch gerade shoppen. Der da? Der da? Der da? Der da? Der da ist Karl da rum. Das klappt. Warum war einer? Warum war einer? Warum hat einer? So, jetzt bin ich wieder da. Weil die Musik ist schon geil. Ja, ey. Doch, das ist die Doom-Musik, die hat halt schon Stile. Ja, das Problem ist einfach, ganz einfach. Nein, ich würde nur einmal in das Session auch nicht spielen. Warte, nein. Warte, nein. Warte, du bist mal kurz. Ich bin jetzt mal ganz kurz Amkar, jetzt stehe hier in der Ecke. Ich habe mich nicht gleich mal angstiert. Weil meine Blase am Fuß gerade Höllisch ins Nachtucht fühle. Anspitzen Deine Blase tut weh? Du bist das lieber verdächtig, Zybot Zybot Lieber ist sehr verdächtig Ich möchte übrigens darauf hinweisen, ne? Zybot, 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 meine Blase tut weh Hat uns der liebe Jojo erzählt Jojo, was du grad gesagt hast, ne? Ja, das ist aber keine normale Blase Diese Blase geht über meinen kompletten Fuß fast Johnny, hast du diegel? Das, weil sie so vielen Pumps rumlaufen Party Party, Party, Party Hast du ne diegel, Reaper? Ja, da hast du ne diegelseid Wirklich, Johnny, wirklich? Johnny, ich hab mal eine Frage Hast du überhaupt ne Johnny? Wann war jetzt Johnny jetzt, oder was? Nein, Johnny hat mir einfach nur mal ein Drittel runter gemacht Dann mach ihm ein Drittel runter Ja, hab ich vor Versuch ich zumindest Mehr als das Drittel ist aber nicht erlaubt Ja, ein Fußschuh Hast du was bekommen? Mach weiter, mach weiter Auf Badly Rounded, auf Badly Rounded Ah, das reicht mir schon Auf Badly Rounded, was ist die Technikbefehl? Nochmal 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 Ich fand das lustig, Johnny schießt die ganze Zeit rum Plötzlich, bam, 33 Das weiß ich Hab ich's denn getroffen? Also richtig, also ich Kugel ist durch meine Nase Ja, das ist so Johnny Blut Kommst du grad mal wieder hier, ey Lass mal Party Lass mal Party! Ähm Hey, die waren gekündigt, die waren gekündigt Ja, trotzdem wirft sie ne Menge rein, die hätte irgendwie geclamed bleiben Ey, da war einer! Ja, da war ich! Dankeschön! Bist du nicht Nimm dich! Was willst du denn? Schiegt mir den, schiegt mir den Schiegt mir den, der da hinten Schiegt mir den, der da hinten Da ist der Tod Beschleunig Hier hinten, hier hinten Hier hinten, hier hinten, hier hinten Weiter, weiter, weiter geht's Den, den ihr darauf winkt, findet ihr links hoch, ich gehe rechts. Ich gehe auch bei dir rechts, aber hinter uns ist wieder einer verreckt. Nee, ist tot. Ja, aber hinter uns ist jemand verreckt. WTF? Geht hier gerade aus, nicht hier unten. Hinter uns ist jemand verreckt. Ja, ich gehe den langen Weg. Reeper, was ist das für eine Waffe? Was denn? Ich bin die ganze Zeit hinter dir hergerannt. Was ist das für eine Waffe? Soda. Ich denke, ich habe lieber ganz stark im Verdacht, dass er Wanda getötet hat. Du bist der Dete. Hey. Ich habe lieber ganz stark im Verdacht deswegen, weil ich habe einen Sword-Off-Schuss gehört, glaube ich. Aber der Dete darf alles. Den... Schießt er auch nicht. Du warst voll daneben. Ja, das war mein Fahrzeug. Äh, ja, ähm, der ist jetzt nicht, der ist jetzt nicht, der hat der Dinger, der Dinger, der Dinger. Ich habe mir den Sword-Off auf 100.000 Meter einmal in seine Richtung geschossen, einen Erkugel hat getroffen. Oh mein Alter, das darfst du jetzt nicht überleichtern. Ja. Ja, der hat auch. Oh, sorry, der Dinger. Ach Gott, was ist denn das? Warte, bevor du mich umgekriegst, komm jetzt mal. Achter-AP! 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 Oh, von da hinten! Mann, oh! Mann, oh! Au! Nicht im Türrahmen stehen. Das ist gut mein Naube, ja? Ich wollte nur, dass die Tür aufbleibt, weil die Tür nervt. Egal. Die Stimme aus dem Jenseits hat es gesagt, es ging um den Türrahmen. Ja, hab ich mir gedacht, aber daran hab ich nicht gedacht, dass ich in der Tür stand. Spannend! Die Webern, dass du. Spannend, Spannend! Weil ich sie einfach nicht seh auf diesem Untergrund. Ich seh' dich auch nicht. Nein! Nein! Alter! Jubi, wär das normal gestorben, oder nicht? Ich hab zwei Leben noch, durch den Fall. Ich hatte auch zwei Leben. Alter, wenn ich nicht nur 8 HP hätte von der Märtyre hätte ich die so geil gemacht. 2 HP weniger gehabt. Denkt aber bitte dran, Leute, wenn ihr tot seid, auch ruhig zu bleiben, auch wenn es nur noch zwei sind. Wenn es jetzt wirklich extremst langweilig ist, dann könnt ihr gerne ein paar Tipps geben, so von wegen, dreht euch um oder so. Aber das war jetzt trotzdem spannend, dass du eigentlich, dass da aber noch so viel runtergefallen hat, war okay. Klar, dann wird's wieder die Musiker machen. Ja, wenn ich nichts sehe, kann ich auch auf nichts zielen. Ich hab die ganze Zeit nur dort hingeschossen, wo mein Radar war. Das darf ja aber gut gezielt. Oh nein, schon wieder zählt. Oh nein, ich bin ein Detektor! Ich glaub, weil sie sehr oft stehen müssen. Oh nein, ich bin ein Detektor! Ich bin ein Detektor! Ich bin ein Detektor! Mann, ich bin ein Detektor! Na wo? Oh nein! Ich glaub, das war so ab. Tauschen wir. Na wo, kauf dir doch mal ein paar Schmur. Du darfst Indos sein. Du darfst Indos sein. Komm schon! Ich bin Detektor! Hallo, wer ist hier der Major? Hallo Major, Shopping Major. Egal. Okay, wenn man den Detektor töten möchte, sollte man sich ein Fate kaufen. Kaufst du dir jetzt ein paar Coutinos, Nabokka? Okay. Also ich wollte mir eigentlich nicht die Boots kaufen, aber... Ja, meine ich hab die Taube. Wuuuuh! Seifert! Ich hab mir gerade so... Also ich konnte mich gerade noch so zurückhalten. Ganz, ganz schwer war das. Alter, was hast du denn Disco? Epa, was haben sie da hingelegt? Ja? Alter Snake! Aber ja, man sollte sich spezielles Werkzeug machen. Alter, Johnny! Ich dachte so für eine lange Zeit, das wäre gerade eine Taube gewesen. Weeper schießt! Weeper schießt! Weeper schießt! Was hast du da für eine Waffe? Ich hab auch eine Shotgun! Nee, ich hab das Auto auf! MP5! Johnny, was du da hast? Johnny, was du da hast? Was? Weckst du mal durch dein Rad? Hast du auch die beiden geschossen? Nein, ich hab ne... Wie heißt das? Du hast bei mir einen verwackten Kinder sind voll geil. Da sind voll geil. Da sind auch die geschossen. Da sind auch die geschossen, Reeper. Mit ner Pistol! Da ist so... Wieso, was ist denn da dran verwackt? Äh, du bist ein graues, komisches Männchen. Und... Ist auch so! Und... Ich möchte nicht sagen, wo deine Waffe hängt. Ich weiß. Ich hab keinen. Johnny ist es. Ich hab keinen. Hä, was? Hier! Wo ist denn die Waffe? Wo ist denn die Waffe? Also... Na, wo merkt ihr schon mal Johnny vor? Der ist zu 90%. Okay. Der hat eine höheres Waffe. Der ist grad in Richtung Wand gelaufen. Obwohl... Und ist an der Treppe vorbeigelaufen. Obwohl da überhaupt nichts war. Also so... Und Reeper läuft Richtung Musikanlage. Richtung Musikanlage? Keine Musikanlage? Ja, ich bin bei... Ah, überhaupt nicht. Ich muss ja vorkratzen. Woher kommt ihr denn alle her? Haut doch mal ab hier! Ja, das ist noch zu gut! Hallo Cyber! Hallo Cyber! Hi! Was geht da? Wie soll man denn hier in Ruhe stecken, ne? Du wirst du alles auf uns nehmen verfolgt. Insta, ernst? Ach, weißt du was? Ich nerv' jetzt mal extra hier. Und das Trick hat ja leider nicht geklappt, oder? Was? Das Trick hat ja leider nicht geklappt. Wir haben vor ein paar Runden versucht, dass Cyber ein Problem hat, und ich ihn dann mit Deathstorms Explosion. Alter, ich dachte... Ich schreibe... Also auch so geil. Weil ich hab ihm geschrieben einfach so. Du schreit ja. Ja, ne Stickybombe. Und er hab ich so... Keine Reaktion! Und auch... Hä? Du hast... Ich hab dir keine geholt, weil ich keine Quellen mehr hatte. Ich hab dir eine gegeben! Echt? Jaaaa! Ich hab' gar nicht mitbekommen. Immer den Text lesen. Alter! Ich schieg' ihm einen Quellen und sag' Kauf eine RSV! Was ist denn der? Ich krieg' hier unten rum und such' Granaten! Ich muss ja als erstes was meines haben, hast du dir gesagt, aber dann... hab' ich keinen Quellen gehabt. Ich glaub' den hatte ich in der Zwischenzeit schon ausgespielt. Jaaa! 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 Okay! Oh! Reaper war da grade! Ja, das kann man... Man kann das Ding aber auch wirklich fast über die ganze Garte aktivieren. Naja gut, hier... also wo in unserer Position aus hätten uns alle aktivieren können. Jaaa! Ich weiß nicht mal, wo man das aktivieren kann! Ich weiß nicht! Das ist die eine Hand! Die hast du garantiert schon mal gesehen! Ich hab' noch nie auf Garten geholt! Wenn du durch die Tür durchkommst, oben rechts rechts... Nein, das ist nicht! Halt's mal! Halt's mal! Nein, das ist sowas von! Nein, das ist sowas von! Nein! Doch, das ist hier! Oh Gott! Das ist sowas von! Achso, ja! Du kannst ihn auch hier! Hier oben kannst du ihn auch aktivieren! Nein, da ist das sowas von! Was? Wenn du hier oben bist, hast du den Knopf ungefähr hier! Das ist sowas von! Na, aber es ist eben nicht schlagen die ganze Zeit! Da ist doch nicht auf! Ne, geht's! Ja, was? Hier, hier ist der ungefähr, weil man hier oben steht! Da ist der Knopf ungefähr hier so! Ja, ja! Weil der hier unten... an der Wand ist! Ja! Aber es könnte auch Cyber gewesen sein! Was? Alle anderen standen nicht still genug und haben da nicht hingeguckt! Das war Reaper! Hey, was ist mit dir los? Ich glaubst du gerade, oder? Johnny! Oh, Johnny! Der ist gerade cool, glaubwältig, dass er von der Pistole angeschossen wurde! Na! Jo, das ist der AFK! Sonst, äh... Nein, bin ich nicht! Der hat eine ganze Zeit hinter dir! Ich weiß, dass du es bist! Es ist kalt! Das ist die ganze Zeit hinter dir! Ich weiß, dass du es hinter dir bist! Ich weiß, dass du es hinter dir bist! Ich beobachte alles! Ich beobachte nur Johnny! Ich beobachte nur Johnny! Der schießt gleiches Friendship! Hat mal Friendship kommt! Achtung! Ah! Alle ruhig! Äh, Cyber! Wo ist du denn? Ich sitze hier im Fenster! Wo ist dein... Ja, wer hat mich geschubst? Ich bring dich jetzt um! Es könnte... Wer hat geschubst! Es könnten zu viele gewesen sein! Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Ey! Der ist einfach Johnny oben! Der war's aber nicht! Der war's nicht! Der war's nicht! Der war's nicht! Jojo! Tötet Jojo! Danke für die Arbeit, Leute! Wo ist der denn? Der Tod! Ja, wo man mir grad den Rücken geballert hat! Oben! Ja, konnte ich nicht mehr reinschießen! Peter? Ja! Warte! Pass auf, Ruipern! Der könnte ja da hinten auf dich lauern! Ach, kannst du mir da gerade bei dem Bote entgehen! Wahrscheinlich! Ich hab den Namen nicht gehört! Wer ist das jetzt? Ach, da hinten bei der großen Halle! Jetzt ist er Jojo ist! Okay, er schieß! Jojo ist frei zum Abbruch auf jeden Fall! Da ist ein Tod der Hinsicht! Okay, gut! Ist das ein Tod der Hinsicht! Der Snail hat mit drauf geschossen! Kann ich nicht von mir hoppen, aber... Wer lebt denn jetzt noch? Ich glaube, Cyber lebt noch, oder? Ist der Deto noch am Leben? Ja! Cyber? Ich möchte bitte Deto call! Ja, ich renn ja! Also sind alle confirmed, die tot sind! Ah! Kripa! Äh! Okay! Ich würde jetzt gerne wissen, durch was! Ja, Fade! Ah, Death Note bestimmt! Cyber! Das ist so fantastic! Das würde man sehen! Das würde man sehen! Hm, ähm, genau! Call mal! Cyber? Also hier, wisst du was gemeint ist! Äh! Ey, das ist doch eindeutig! Sorry aber! Ja, wieso?! Das ist so eindeutig! Komm, lass erzählen! Bei dir ist immer eindeutig, Alter! Hast du ne DNA? Mit DS? Erzähl die Geschichte! Warum hast du es nicht? Warum hast du es nicht? Ja, aber es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht! Du kannst dich immer gleich beschuldigen, nur meine Knopf fällt! Das ist, das ist genau nicht! Nur weil alle, Leute, Leute fallen halt um! Alte Leute, erst als Junge, aber trotzdem fallen sich alle um! Er ist nicht erschossen worden! Die Stimme aus dem Jenseits, das ist mies, Cyber! Ja, er war schon zwar was, Alter, aber... Du kannst aber auch hinter den her und hast ihn erschrotten! Es ist aber so! Alter! Schnell! Oh mein Gott, du hast dich eigentlich einmal umgebracht! Ich meine alle Leute da stehen, Mann! Es war klar, dass keine DNA dran ist, weil ich an dem Fake von Jojo gefallen bin! Das war auch klar, eigentlich! Das war Master-Face, ich hab' dir gesagt, Cyber-Bug ist es! Da hättest du dir erschossen, einfach, der hättest du trotzdem noch eine Chance gehabt, zu gewinnen! Das hättest du überhaupt keine Chance gehabt! Du hättest du ausrasten müssen! Na gut! Ist ja egal, jetzt, aber hier haben wir uns, wir müssen, wir müssen! Ja, genau! Das war extra eine Runde verlieren! Wann waren wir denn noch gestorben? Ja, ich? Was? Bist du gedeckt? Ja! Was? Was? Ich bin einfach nur verloren in dieser Welt! Bist du gelähmt oder was? Bist du gelähmt? Was in this world? Oh Mann! Ich will mal scheiß Dete weg! Ja, natürlich, halbes Leben weg! Oh, natürlich bin ich wieder Dete! Oh nein, da kauft sie sich wieder Louboutins! Was? Louboutins? Nein, ich kauf mir wieder was! Kennt ihr nicht Louboutins? Das sind diese, diese Schuhe mit der roten Sohle! Ja, ich wollte eigentlich wieder die Schuhe, aber ich hab mir wieder was ausprobiert! Du meinst Louis Vuitton? Nein! Ich mein Louboutins! Was haben wir denn gekauft, der Dete? Louis Vuitton sind nicht die mit der roten Sohle! Das sag ich dir nicht! Weil du mich nicht tötest! Jaaa! Ich will dich gerne testen! Was ist der Wort? Äh, absolut nicht Louboutins, sondern... Portable Tester?! Hä? Nein, nein, ich mein Christian Louboutin! Der würde noch gehen! Den haben wir auch nicht! Ja, ja, der Portable ist legitim! Der geht noch! Aber auch nicht! Entschuldigung! Ja? Wer hat jetzt geschubst? Das Ehepaar leuchtet also rum. Wieso werde ich hier eigentlich die ganzen... Fuck, das Ehepaar. Hast du einen Schaden bekommen? Hä, weshalb? Weil ich dich voll geboxt hab und richtig Blut weggespritzt ist. Äh, nö, ich hab wohl geboxt. Hey, Donny! Okay. Yeah. Heeey. Cypher ist es. Scarke. Johnny oder Cyro-Bot? Ein... Wollt've auch gar nicht schießen. Acht nicht gegen kennenlernen. Ohne Witz. Ich sag mal, ich hab jetzt Gestalt. Ja, Schön. Ich glaub it's Johnny, oder? Er hat... Ja, ihr... Ell. Ah, JoJo... farmers hat Johnny getötet. Weil er gesagt hat, dass wir ihn getötet haben. Oh, Scheiße! Ja, ich wurde durch eine Diss-Kombo durch das Loch im Fenster runtergeworfen und hab Schaden bekommen. Ja, ich hab Johnny erschossen, also... Du hast ihn erschossen, weil er selber erschossen hat und Johnny auch in der selben Sekunde gesagt hat, okay, dann erschießt mich. Und das machst du dann einfach. Welche Primärwaffe hast du? Ach, du hast die Sawdorf tatsächlich. Ich hab ne Farmers. Nein, nee, das ist... Was hat das denn jetzt für ein Geräusch? Das war mein Headset. Ah, ich dachte schon. Was warst du da? Ich muss gerade meine... Ich glaub, der schockt da, oder? Nein, ich hab hier oben bei Confirmed Dead kannst du ja die Arten, wer's passiert ist. Ah, schöner Random. Nicht, dass gab jemand gestorben? Wahrscheinlich? Nee. Ach, mein Arms Knie, ey. Echse? Ja, sind welche gestorben hier? Wo ist jemand gestorben? Hey, was dreht denn der Geist-Level? Komm! Ach, Alter! Komm. Ich will kurz Afkala. Habt ihr einen Afkala getötet? Snail ist der letzte. Was? Warte, bleib hier, bleib hier, bleib hier! Ah! 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 Das war jetzt doof. Oh, ah! Der Paul! Aufschluss, ey! Weil du auch nicht stirbst! Wow! Aber einfach John und ich machen Massaker, weil ich versichere mein Touchpad. Yeah! Touchpad-Massaker 1! Mein Aehm war auch so scheiße, ey. Ja! Das will ich nicht behalten, weil ich hab nur was rübergekommen, das ist ein Prunk. Was sagt die Zeit? Ich würd sagen letzte Runde, ne? Weil wir sind schon über-Time. Overtime schon noch? Overtime, wir sind schon bei 33. Ouh! Wir gönnen uns heute was. Ach! Der Dieter hat den Fate! Äh, wäre möglich, ja. Ja, ja, doch, ja. Bist du noch gestorben? Durch Snail? Mehr Zürcher. Doch, wer da? Wo? Oh, ich bin dead. Aber Reaper, du hast gerade irgendwie kein Damage bekommen durch welche Schüsse. Aber wann war er das Beste? Aber Reaper, du musst dir fragen, wann war er, er steht hier in die Disco, da fällt er runter. Ne, danke. Ey, das ist ja echt zu gut. Bring dir so, vorhin und runter. Na, Mama, komm, mach mal doch mal, ich hab den Bus gesagt, ja. Ich verzichte. Ich verzichte. Aber ich hab tatsächlich meine Targets getötet. Ich hab meine Targets auch getötet, man war. Mein Targets war Jojo. Ja. Und Reaper. Jojo hast du ge-Random-Kill, super. Epic, epic, epic letzte Runde. Oh, Alter. Na, wo genau, was tust du hier? Was? Was genau tust du hier, Na, wo wolltest du das, hast du gerade eine Pomme angebracht? Na, wo? Nein, ich hab mir hier gerade so schön geklautet, war das da. Jojo, Rennen wäre, wenn ich jetzt auf dich schießen würde. Ja, der nehmt auch. Ne, ne, ne. Halt, ich hab dich bloß in Deadwinger gewissen, Alter. Halt, öff. Was? Weißt, was passiert? Warum bist du umgekippt? Wahrscheinlich, wann war ich, wann war ich, wann war es nicht so? 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 Oh, so ein Teleporter. Oh, so ein Teleporter. Donny, Andre, wir müssen nach runter. Ja, scheiße, ich hab mir fliegt. Er ist tot, er ist tot. Aufwand, 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 aufwand. Nein, 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 nein. Loll. Oh mein Gott. Was geht bei euch eigentlich ab, Leute? Ich bin Proven. Was ist los hier? Ja, ich bin Proven, oder? Alter! Oh! Was war das? Oh! Du Männer! Oh! Oh mein Gott! Ernsthaft! Nicht sprechen! Lachen ist in Ordnung! Aber nicht sprechen! Alter! Ist Lach sprechen gelauft? Oh! Oh fuck! Alter! Welche von denen ist das denn? Ach so! Ich hoffe das funktioniert hier! Ja ich bin wieder da! Ah hallo! Wo ist meine Waffe? Ich weiß nicht! Nimm einfach die P90 vom Deto mit! Ist auch gut! Ja! Hast noch was! Hier ist noch ein DNA Scanner! Hier oben ist viel! Achso! Oh! Ich höre die Tür! Wir könnten uns ein Radar kaufen! Ich habe kein Target! Aber ich kann dir... Den zurück transferieren? Ja das geht auch! Oh ne! Er ist oben! Hat das was gemacht Jojo? Äh hier! Gegenüber von uns! Geh mir mal die Chance nachzuladen! Reaper mach da ein faires Battle draus und gib mir die Chance nachzuladen! Ja komm lad nach! Komm! So nicht! Ja wow! Viel zu OP! Ja das ist rara! Hitman! Das sind diese Hitman Radars sind eigentlich viel zu OP! Nö! Man kann nirgendwo mehr stehen! Äh ja das war's mit der Folge! Danke fürs Zusehen! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Bye Bye! Tschüss! Tschüss! Tschüss!